Willkommen bei der Tutorial-Serie zum Train Sim World Editor. Wichtige Info vorab, schau dir die Folgen am besten in der richtigen Reihenfolge an, wenn du dich noch nicht damit auskennst. Die Playlist findest du im Link in der Beschreibung und da geht es dann Step by Step von 0 auf 100 sozusagen, also von nichts bis zur ersten Strecke. So und jetzt geht's los mit diesem Video. So, nachdem der Editor geöffnet wurde, sieht man also diese Übersicht hier, also noch ein bisschen sehr, wenn man sowas noch nie gesehen hat, ein bisschen sehr unübersichtlich vielleicht, aber wir gehen das jetzt alles nach und nach durch, wenn man denn hier eine Strecke bauen möchte. Zunächst muss man grundsätzlich erstmal ein Plugin erstellen, darum geht's in dieser Folge und das werden wir jetzt einfach mal gemeinsam machen. Dazu gehen wir links oben auf File und dann gibt es hier Zunächst gehen wir hier oben auf Edit und wählen dann hier Plugins aus. Wir wollen also dann hier, das, ja, können wir hier unten auf dem rechts, auf dem grünen Button rechts unten, jetzt habe ich ein neues Plugin erstellen, klicken da drauf. Wir müssen auf jeden Fall sagen Content Only, das ist wichtig, das nochmal anzuklicken. So, dann könnt ihr hier sagen Autor Description, muss nicht unbedingt sein, aber ich schreibe jetzt hier mal Smasher hin und sage das zum Beispiel hier Test. Und der Ordner wird schon von alleine ausgewählt, der Pfad. Jetzt müssen wir nur noch hier den Plugin Name vergeben, also wie soll das Plugin heißen? So, wenn ihr jetzt eine neue Strecke bauen wollt, eine eigene, dann nennt ihr das am besten so, wie die Strecke heißt. Und davor vielleicht noch ein Kürzel. Also bei Trains & World Strecken, ihr seht das hier unten zum Beispiel, ARL ist die Arosa-Linie. So, und wenn ihr jetzt sagt, ihr macht die Strecke, die Strecke Test, Smasher Test zum Beispiel, werde ich jetzt meine mal nennen. Dann mache ich hier einfach SMT zum Beispiel, Unterstrich, Smasher, ah, Leerzeichen dürfen wir nicht verwenden. Okay, wusste ich auch noch nicht. Dann am besten Unterstriche nehmen statt Leerzeichen. Smasher-Test. So, das ist jetzt nur der Test fürs Tutorial. Wir werden dann später in einer anderen Map als Beispiel weiterarbeiten. Aber wenn ihr jetzt hier euch das neue Plugin erstellen wollt, dann gebt ihr hier eben den Namen ein. Ihr könnt das aber nennen, wie ihr wollt. Das ist nur ein Beispiel von mir. Auf jeden Fall am besten so, dass ihr es wiederfindet. Und auch wenn ihr es in die Suchleiste eingebt, dann schnell da seid, wo ihr wollt. Genau. Jetzt ist der Auto wieder weg und die Description. Naja, gut, okay, lasse ich jetzt mal weg. Dann, genau, auf Create Plugin. Und schon ist das Ganze erstellt. Das Fenster hier mit diesen Plugins können wir wieder schließen. Und jetzt sind wir hier direkt in den Ordner gelangt. SMT-Smasher-Test-Content. Das hat sich hier automatisch nach Content benannt. Kann man alles umbenennen. Das heißt, das ist kein Problem. Warum es jetzt hier nochmal ein SMT gibt, scheint wohl eine Strecke zu geben, auf die ich jetzt auf die Schnelle nicht komme, mit der rätischen Bahn. Na gut, sei es drum. Wir sind hier auf jeden Fall bei SMT-Smasher-Test. Und wenn ihr jetzt nicht direkt in dem Ordner seid, ihn aber finden wollt, das passiert vor allem, wenn ihr den Editor neu startet, dann könnt ihr hier auf Search Paths einfach das eingeben. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel Smasher ein. Ja, dauert einen Moment, glaube ich. So. Und dann seht ihr hier, ihr könnt jeden möglichen Begriff, wir hätten auch Test eingeben können oder SMT oder alles. Da gebt ihr einfach den Namen ein, den ihr gerade beim Plugin erstellen euch ausgesucht habt. Und dann kommt ihr hier in den Ordner. Mit diesem Ordner müssen wir später noch arbeiten. Das kommt allerdings dann in einer weiteren Folge. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um, ja, die KML-File. Was das genau bedeutet und was wir damit machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Genau. Das heißt, einfach hier dranbleiben und dann geht's weiter. Ihre nächsten Anschlüsse, das neueste Video oder ein anderes Video, das dich interessieren könnte, direkt gegenüber.